Let's go 21 Ey, schau mal wir haben fast gleich die Kills 0 ist keine Zahl Das ist eine O gewesen also Und die haben fast das gleiche Level Die Champions, wenn die schon wieder 31, 32 sind, dann haben wir echt schon wieder Echt... Wann weiß man, wie wir laufen? Da ist grad ein Blitz eingeschlagen What the fuck? Fällt mir das jetzt jetzt erst noch auf? Wow Diese Map Wollen wir Action? Wir wollen Action Auf zur... Wie heißt es? Kaskadenfälle Ja, alles drauf Das war ja auch damals so auf Königsschlucht Kaskaden Ja, das war anders Ich bin nicht oben Ach Junge, ich bin so scheiße Ich bin grad oben und suche mir oben Waffen Ich hab nicht gewusst, wo ich landen soll Da waren überall Gegner, die kommen gelandet werden Warum war da ein Gegner in meinem Haus? In deinem Haus? Jaaa Ich hab dann manchmal da landen gesehen Okay, wir könnten wieder runter gehen Hast du ne Waffe? Ja, ich hab zwei Stück Ja, für mich mein ich Ja, für mich mein ich Urginator Habt das keine? Nein Okay, dann hier Das würde ich nicht fragen Ah fuck, nicht so viel Money Ah fuck Kannst mir nochmal ein Stack geben Ich hab gerade mal 60 Ja eben, ich hab 20 zum Nachladen Ja eben, ich hab 20 zum Nachladen Ich hab hier auch so und alles gedrückt Das ist noch Krypto Mhm Hat hier irgendjemand Hast du den Aufsatz bekommen? Hast du den Aufsatz bekommen? Nee Ah, aber falls du ein brauchst Jungen, wie viele Helden bitte diese Drohne heutzutage aus? So viel Ah, Jungen, scheiß drauf Ich hab mir vielleicht ne zweite Waffe davon nehmen sollen Ah, hier in der Mosabik Ja, da vorne Oh ne ich nehm hier Rampart 80 Schuss Bin unterwegs Ja Einer schiebt weg Also der Mate von dem Schieb Aaaaah, der Mensch will überstehen quick Octane, ich hat sie, wenn sie es lieben und hin und her rennen Nein, nur mit zwei Strichhalt, aber trotzdem Ey, das wird schon reichen Die Flügel-Renn ist ein Flügel-Renn Und das ist eine Werteilung, die ich mit einem Schrecken-Flower Design Ich bin ein Flügel-Renn Ich bin ein Flügel-Renn Ich bin ein Flügel-Renn Ich bin ein Flügel-Renn Ich werde mich nicht verletzen Ich werde mich nicht verletzen Kuchen! Locked Mein erstes einzigartige Gespräch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 an übrigens zwei gegner bei dir auch die sind nicht hier was für ein glück ich aber auch immer hab nach dass sie immer bei mir sind sie waren dort ich stande bei einem ich stande beim haus am arsch der welt da ist dann landet normalerweise niemand ja trotzdem landen da irgendwie ein ganzes landet da die ganze lobby wo auch oben da jetzt noch höher ja hinter dir junge wie ich noch so fast gefetzt habe aber ich habe ein bisschen scheiße ich muss nicht dass da weiter nach oben geht max ist wieder im chat junge alter deines tics richtig schön ich mache jetzt kurz sehen im chat nebenbei auf dem laptop ich stimme jetzt aber einmal in der lobby die 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 haben wir finden wo wir landen wo wir landen um einen Niesenmannen nur ja nur ja nur hier wo wir landen übrigens ich schon mich immer noch im Tietzern auch damit und stream das hat schon zwei Leute ab und stream ah dann sollen sollen mein spaß geht nicht mehr ich werde ich werde noch gewünscht hat einer davon das macht andere ist keine ahnung mehr dann soll max in die party kommen ja eben max wird nicht haben max wird kurz reinkommen und sich kurz und wieder gehen oder irgendwie so oder schreien da du bist so schlecht du bist so schlecht aber ich habe immer noch den kleineren schwanz genau so wird max die party kommen büttemberg b ja warum Sturmpunkt for real Olympus ist mir lieber zu verkackten Sturmpunkt Echland wieder hier oben müssten wir eigentlich spielen ja Junge ja auch noch ist doch gut ein Schatz-Rank spielen nach der Runde da haben uns ein Jahr lang genug angespielt noch ich habe eine wingie oh eine K oder Mosambik auch beide gut Waffen vielleicht mal hierhin kommen und mich halten zu lassen willst du was du blind was willst du äh hä willst du blind was willst du blind max auch so viele blind spielen nehmen wir grad spielen noch klar noch gleich ja es hat sich dann unterwegs bin unterwegs ach dicker er ist doch low er für finisher machen ach junge wegen seinem scheiß silent habe ich nichts mehr gesehen ja er hat mir auch und zur Karte kurz ich habe Bild geschrieben blind oder was hä warte mal willst du bild äh ach so von deinem kleinen Schwanz ne danke da sieht man nichts drauf ich habe keine Bock meine Lupe auf den Keller zu holen ah ne nicht meine Lupe mein Mikroskope also das muss ich erstmal suchen Max tut mir leider darauf habe ich jetzt echt keine Zeit ich bin im zufrieden ne schlag ich meine Box aber die linke ja gönn dir der Tipadation ist rausglutet dich glute seine nein nein ich nehme mir nur ein Evo raus wenn er eins hat ja hat er und hier spritzen das kannst du haben in der middle of the night ei Junge die kack kann nicht weglasern ach Junge von wo ey ich wohl schon wieder gesniped Junge irgendwas haben die noch gegen mich wo 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 weißt du das irgendwo oben irgendwo oben ah ich weiß wo ja wahrscheinlich von da wo wo wir gerade kam ne Junge ich bin gefesselt in der Aschding auf dem Dach auf dem Dach ja die waren oben auf dem Dach wo wir gerade wo ich gerade hoch war ja 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 na ich halte mit den Wingen keinen Schuss alter ich muss die ich muss die Wingen weglegen also cool dass sie der ja hier liegt na aber bringt den als nichts die will die looted mich sogar noch Junge hä sind gerade ein fight erstmal looten jetzt bleibt die scheiße ja 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 die erste rad extrem scheiße das war ich bei mir sieht das so aus erstens auch wenn ich mal schießen oder zum zweiten seiten würdest du nicht mal wissen wo links oder rechts ist doch sowieso nicht also oder wollen oben oder unten ist es weiß ich echt sogar so so nicht also das live land schon tot keine ahnung hier ist auf jeden fall noch nicht ja dass das leid war immer noch da oben sitzt das war nicht deine karton kann ja das ist ja okay du bist stopp mach doch auch das darf danke hinter dir hinter dir hinter dir ich wollte wegkommen und ich lassen ich habe ja auch das glas zu bringen sagt zu dir entschuldigung dass du das tun mal nicht so fokussiert und ich jede runde so wie viele mit peps muss ich noch spielen ein kinder und noch 1300 der menschen das geht ich muss noch 3000 damit ich mache ich hoffe dass du jetzt schon machst du bist ja du bist schon master gut springt raus ich bin kurz was zu trinken wohl im kurzen glas wasser ich bin der du bist schon maß und warum bin ich jumpmaster ich habe mein level ab zusammenmischen hier springt du irgendwo raus aber ein bisschen später danke okay von mir aus kannst du raus so ich habe nur glas gerade zum moment für mein level ab hat man gut antworten mal auf die nachricht was das mit dem bild hätte ich habe darauf geantwortet bist du los also for real max bis zu und die losse ich habe die einen nachricht auf mir geantwortet mit dem bild also weiß er nicht wir haben uns darüber eine halbe stunde lang dort tot gedacht also bitte wenn wir ja nicht richtig gelandet ja ich bin richtig gelandet aber er war eine ordinate natürlich scheiße wer dran und eins hey max übrigens morgen black ops 4 stream mal schauen ob da auch dabei das klatscht ja auch und tag bock warum ist das mal anheulen einfach vier hat er hat es war auch wie eine kiste auch so etwas daraus granaten zum beispiel weißt du was bringt sämtlich die elster die magazinerweiterung einfach dass sie länger nicht überladen oder ja ok ich habe schluss in der nähe ausgaben mir haben ja gerade nicht so auch so los zwei bogenstern nebogenstern habe ich genau nicht ich bräuchte aber erinnern war dass der rampage stattdessen achten die zu meinem ich gehe weg von der änderungen der rampage so ein Ding ist das nämlich da ich bin zu blöd schwer aufzusammeln wo hin wo hin wo hin warum ok waren irgendwo gegner ich lad schon mal rampage und keine gegner doch hier wurde gelootet die sind die generale an sich ab bei dir ok auch kommen jo octane ich hasse octane spieler kleine nervige bitches ich bin gleich aufspielen ich muss mich hier passt schon ich hab ihn einfach mit dem sound ach ja er hatte auf einmal wieder fullschild ach ja machen da auf 1 hp alter jetzt sind wir da wir warten noch fünf minuten oder wie genau rank ja rank alter let's go und du selber vier ok jetzt jetzt hat max eine nachricht zurück gezogen ich habe nämlich selber bin ich eine einzige runde mal gezockt hartstack ich glaube eine einzige runde und da bin ich einfach ps5 hotspot gelandet ich sag's dir level up shiny fox bestalter oh ja fettel hat es auch geil aber shiny fox alter so geil das beste von tricks erste edition sogar wenn du im moment hast schau auf whatsapp ja ich schau auf whatsapp jetzt bist du jetzt schon wieder max jetzt hat er das war diese nachricht max ich sag 9 diese nachricht hat es nicht mehr angezeigt bei mir im stream die wurde direkt raus gelöscht von meinen worten von meinem bot sobald man irgendwelche schimpfhörter reinkommen wird das direkt rausgefüllt hat hat er mich verleidigt ne ja generell irgendwas mit halt dein maul und ein bisschen minderwertigkeitskomplex geschrieben glaube ich oder was soll das sagen kein penis wenn ich mal du wäre wäre ich ganz schnell dann das maul halten ja max grammatik okay holt seine grammatik holt seine grammatik wo er hat sich darüber beschwert manchmal du wei wenn du nicht mal weißt wie groß meiner ist aber gut irgendwie muss ja minderwertigkeitsja digga ist klar dass das man youtube baut raus gedenkst hat ja spring auch so ich bin für die wissenschaft für die wissenschaft jetzt bist du padfinder ne ja ich brauche noch ein ding für padfinder und hier kommen gegner mit ey warum hier ich hab ne riiih oh yeah aber noch keine ultinator ich komm der maxi schon gleich wieder ich schon gleich wieder rein die direkte von denen eine spring und lo oder haben wir alle bitte ja 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 mehr hat ein ding wie eine geile waffe aber mit pfeffer da könnte ich echt auf das spiel macht die bespott ich hab den einen so hart weg gelasert mit der assistance also ein schild komplett weg das wird also innerhalb von einer halben sekunde sind schild weg auch hier sind noch gegner Echt? Was denn mal? Hier ist er direkt im Arsch. Ich glaub, der ist noch nicht gelaufen. Ah, ist wieder ein Klon. Der hielt sich irgendwo. Mhm. Ich hab den anderen eliminiert. Ah, unser Maid hat ihn. Nice. Läuft doch echt gut bis jetzt. Dann nimm ich das mal für die K. Und weiter weg. Ich brauch noch ein erweitertes Magazin, wenn du findest. Und Ultimator. Für was? Für meine Elster. Ah, okay. Lässt du nicht dran? Schade. Das ist ja neulich nicht. Aber irgendwo da ist ein Internet, aber die wüsstlich. Ja. Ich hab hier sonst noch eine, die ich nicht hab, die ich da eine kriegen kann. Na, ich würd nur sagen, das ist ja auch und du nicht. Ja, und? Das war hier ein goldenes Schild, was du übersehen hast. Nee, ich hab den extra nicht genommen. Da sind den hier mal mit. Da sind so viele Sniper-Aufsätze. Ich hab nur keine Sniper spielst. Ja, es ist aber so. Ja, natürlich. Wir haben eigentlich insgesamt sechs Kills schon. Ich hab einen davon. Ich hab zwei. So, mehr tat vier. Gar nicht ihn. Wie kommst du auf vier, wenn wir sechs haben? Ja. Ah, drei. Oder? Ja, eins, zwei, drei. Dann wird man schon mit drei Killspitzenreiter. Wenn keiner mehr Kills hat. Oh, fuck. Beim Mates und Gegner. Als ob hier so viele Gegner sind, der fuck mein Herz ist fast leer. Egal, der fuck geht's schon. Ja, echt, ist nach oben. Dann hoch da, würde ich sagen. Ja, ich komm auch. Da ist die auch mate. Wo? Die haben da auch noch ne Mates, wenn ich auf deiner Seite drüge. Los. Ich brauch halt echt Schüge, ne? Ich hab das so. Irgendwann mal ne. 2. Gönne. Es los, los, ja noch. Ja, Chill Break ist genockt. Ja, es ist wieder Chill Break, komm. Och, komm ey. Ich hab keine Kills, da habt ihr leichte Money vielleicht. Ich hab null. Äh, der hier, ja. Ja, nein, das hab ich ein bisschen. Liegt doch noch mal 60. Ja, ich will das Goldene haben. Auch halt die Fresse, dein Killspitzenreiter. Aber, ey. Oh, aber ne K. Aber ne Fletter, nehm ich. Ich brauch nur noch ein leichter Maxine Erweiterung. Jetzt hab ich alles. Ja, ich hab auch noch. 400 Damage. 1 Kill. Hier ist es. 539. 2 Kills. Das ist scheißabstauber unserer Mate. 2 Kill ist in die Richtung. Fakt muss jetzt mein Herzen anstecken. Ganz kurz. Ich glaub beim Team jetzt schon wieder Gegner. Schon? Ja, da unten wo ich markiert hab so einen Gegner. Nee, hier. Oder? bei mich generell hat nur eine kiss abgeschossen oder warum auch immer na ich wollte dann zweifach wie sie am besten ich habe irgendwann irgendwie die kryptonien getroffen ja ich habe ja ein kleines schild einer hat richtig kassiert 1 8 oh mein gott war die granate gut sind wir noch da oben ja ich brauche nur irgendwas kleinen hielt hatte der klein da hat ein paar kleine ja das sind nein ja diese scheiß person das macht dann ist auch noch pass auf diese konto drohne für unten er kommt das ganze jetzt wahrscheinlich ich muss den finnischen ich auch stimmt ich habe ja ein goldberg gut gut dass du nicht gewöhnt hast ja aber hier ist doch irgendwo noch entscheidend da wird jemand wieder hat fast schick ich möchte ich mal schwere was brauchst du schwere money 6 toll ich habe leider keine ja ich habe einiges an anderer munition auch dabei der hat ja noch gut sie mitten im weg drinnen aber dieser direkt skripto ja wir können da hoffen mit meiner seilbahn ja ich werde wieder bestraut ein kleiner peter hat schon wieder 14 warte nochmal 14 ah fuck ist er nicht andere seite raus nee das ist hier irgendwo der hat hier gerest da hinten war ja wow ach Junge irgendein Drickspein aufs Drogen alter ne nur einer ja leider kann ja nur einen Karte aufsammeln ist er unten? ja unten hat ne Valkyrie Ding eingesetzt reisen wo der Ding ist weiß ich nicht ja viel an es ist mehr nice alter jetzt schon 1200 Schaden und ich bin Kielsen und hat 800 fast in der middle of the night max nachtrunde schau ich dann die comments was noch drin ist das nehme ich gerne die graver hatte keinen bock dafür zu verbrauchen wo ist dieser dreck spanier der dachte sich so adias da hast du noch keine hitze schülle aber wie gefällt dir noch und danke für deinen list also ich habe gerade ein bisschen mit mein grappling hook komplett verkackt das hatten die hier für lud schwerer lauf star wie sagt er gar mal hin aufgesammelt ich weiß nur hier liegt schwere maxi schwerer was so unser mails hat oder was wenn er hat eins genau was eigentlich ich habe irgendein drachen er 301 gen habe ich den eigentlich selbst neben habe ich nicht mache ich wüsste aus mein ps plus abonummer endet in kürze ja bei mir auch ist auch vorgestern oder so wendet da unten okay beim einer noch weiß leib so bis hin wir sind bei anderen gegner und ich hab's ja gesagt ich habe goldbeck ist scheißegal so nein jetzt hat man jetzt gerade ein bisschen an nein ich bin noch nein ja wenn er sein hitze schützt wird ja kommt ja das ist noch die genocken da drin kommen oh mein gott er hat noch ein gold ja okay hätten wir nicht beschützen müssen trotz dass es unser kiel wäre ich hatte sieben kill so daten einfach 500 mehr damage ja ich mit fünf es ist aha geil so warte mal was hat max der kommentar wurde anscheinend gesperrt ja komisch dass er nicht mal eine beleidigung ist das war preise mein fehler krass euer mate is crying as fuck der der ist sowieso der sowieso max hat auch nicht anders zu verdienen aus jetzt crime level up und kommt ein pack jetzt sich wieder ein ding raus ich habe 156 jahre dreimal blau nice scheiße bekommen genial was willst du ich hätte doch heute glück der hat 60 euro packs gezogen und gar nix ich bin jetzt wieder watson weil ich hab bock drauf obwohl pfeffer nicht nice war der max bank zu socken ein bisschen rank oder tschüss und rettet eigentlich hat angst soll ich hier drin bin ja da sowieso hatte jede angst alter du kannst wirklich nicht lesen oder nicht mehr von noch amartig hinabhängig von uns genauer egal das ist das für grammatik und die lernen was man näher das war mein das war per se mein fehler die reichert mich nicht verlieben hat da nur was du sagst mit zwei von der jahre und anscheinend nicht angst vor die es war es ja dann magste kommen mal kommen traurig traurig max oder oder das etwa so hart ist ich glaube man steht schon besser noch gut warum hast du jetzt perfekt ausgewählt wo gehen wohin geht's keine ahnung hat wort schade blöd ich war dachte ich hätte gehofft der will hotspot was meint mit und er wird er wird perse und er wird perse ich bin dann schon extrem scheiße mit lesen oder max meint irgendwas mit der ist fett ja ich sehe da ist ein deutscher keller hat es wird mir jetzt auf wichser wollte mich da füsten also die ist schon genug und noch einer oben bei dir ja auf jeden fall ja am blauen ich bin so von hinten zu kommen frage ich bin falsch dass ich da falsche seite vom haus ich habe ein 3 erken mit einer pistol gemacht hat einer von denen den goldenes ja hat den goldenes ding alter was für ein upgrade normalen 20 20 mit nun den grauen aufsatz also grauen magazin erweiterung zu einer goldenen wie perfekt das gefällt mir schon besser also wenn man den goldenen noch geben wie du denkst du kannst du noch mehr gehen ja das ist mir egal schliegen lassen hat einfach liegen aber ein schöner kill als ich hab das ganze team mit der scheiß piste geholt da brauchst du ein lilan das leichtes ja dann kann ja hier können wir können wir kann ja aber ich brauche und leichte monien habe ich dir gegeben ja vielleicht muss ich kann schon hier selbst schon geben ja dann habe ich das baue ich gerade noch fach ist ein loch ich habe fast runter ich bin nämlich einfach nur weil einfach in der mitte auch noch mal nein ich will nicht die scheiße alternator ich hab jetzt schon das ding gegeben das leichte also brauche ich nicht irgendeine schwere waffe noch dazu haben ja gibt mir noch irgendeine gute schwere oder wie das keine ahnung irgendetwas bin gerade net home ich kann gerne über pc app reden ausgesprochene pause klein gute aktion ein artiger max dank dass das ist aber irgendwie drin ist nämlich erwartet da vorne das lieder ding nämlich aber ich renne da gleich zurück und holen mir den dealer lauf wenn es für dich passt jetzt mal ja ich hoffe ich schaffe es jetzt direkt naja naja habe ich nicht okay egal egal ob direkt schon gesagt ich kann mir da drüge ganz kurz ist denn die landenschaft war meine ps4 was ich bin ja niemand land und was da das deine ps4 an ok ok kenne ich kenne ich ausnahmsweise ausnahmsweise glaube ich dir macht es so schwere erweiterung vielleicht noch irgendwo habe ich bist du gerade ein einzum bei gelaufen habe ich genau das habe ich nicht gesehen zählt nicht nachkommen scheiß drauf ich bin lieber mit links täglich aber ok kommen hier unten noch hin guck mal das möchte man zu ja hast du gesehen der max ich glaubte ja ja du lässt eine playstation an aber du bist noch nicht mal im spiel oder so doch was da drin nee du nicht mal doch ja ich jetzt muss das ein games haus obwohl den eltern rings hätte ich mich sehr oft einfach nur hin irgendwo und ich habe keinen schock getroffen die gegner waren da zwei sports 1 1 also ich habe eingesehen ein führst vor nein ich trifft alles von der fußnade alter das tut der schmerz oh mein gott ein kostig nein er hat 60 geld der korsik hat uns 60 geld war nicht so eine gute runde der anfang war gut aber danach nicht mehr mei ziel dich naja hat auf den finish gegeiert hat gut dass unser net noch da ist hat komplett vergessen sein gold hatte alter hat ist auch animations fehler wenn die schlägt oder so hält also haupt kann ich habe einfach nur gerade den arm ja das ist ja ein animations fehler das ist ja egal schön anheftungs ding dieses jünger aber die animation auch stabiles play ich hoffe der hat eine große näher hat er nicht was der ja da draußen diese granate gerade ist er dann absolut vor der koppel aggressiv in den fight rein finish nein wichser oder wird selbst gefinisht er muss halt noch nicht mal er muss halt einfach nur kenten na ja mir muss er nicht man sagt einfach keinen großen nie hat geile waffen design wenn sie sich mal chill teilen ja jedoch hier könnte lieben junge es ist rankt junge hier kann man nicht lieben oder doch kann man alle das geht nur bis die karte halt oder ja wollen wir raus und warten und warten bis er noch ein paar ja ich meine wenn der winwood haben wir den auch ich glaube wenn der winwood und wenig drin sind kriegen wir den nicht aber ganz ehrlich der kriegt ja mehr oder wir können uns aber so ein paar gratis punkte snacken ja einfach nur dann platzierung platzierung sind die einfachsten punkte die es gibt gut er weiß dass üben welche sind er geht auch oben let's go junge es hat kratz ausgesehen hat er irgendwie ein bot ganz kurz warum weil er das ding gezielt hat ja nie so generell weil er immer so vereinzelte züge macht ok da kann er immer so ok wie die an wie das aussieht 1111 auch gar weiter ich habe ihn geklaut ne so nicht ach schade auch 40 punkte ah ne er einfach weg aber warum weiß ich nicht dass die rave jetzt hinterher kommt die rave äh doch da ich kann nicht sprechen gleich noch da oben recht sie bekommen keine punkte der max bis zu lassen man bekommt noch punkte wo will der jetzt hin wird es nicht echt da nach oben da war noch schön alle punkte mitnehmen von den dingen an aber jetzt muss das sein um zu klettern ich glaube dass total ist weg ich glaube dass es vier sekunden nachdem es am ring weil er wird sterben weg der wird dort sterben oder auch wenn sich dann noch nicht hier mit das rote evo scheiß auf blut geht immer das ist eine goldene kiste das ist eine rote aus ja die sieht ja im sturm aus wie rot seine machen ist rot die hat fällt schon nicht rot die schad aus wie rot immer was die chance zu ihm rein doch die der looted immer noch hier kennt man noch der max warum zieht die ganze nachrichten zurück als könnte ich nicht wieder zu sehen wenn du sie noch zurückgezogen hast mein bot speichert die ganzen nachrichten bis auf die gelöscht und die löscht er komplett er wirft eine er wirft eine spritze weg richtig intelligent braucht er ja nicht noch ne hat dann schon klug alter hat 9 11 damage 9 11 9 9 11 go mate schaffen sie platzierungspunkte jo wie hat damit schwimmern kassieren er ja jo junge wie wenig wie wenig der mit schafft er dem gerade zugefügt guck mal sein damit schrift gerade alles ist das nicht auch komisch sie will da nicht einfach abhauen mit drinnen wenn er sich halt mit der normalen hp und dann durch die saun kurz abhauen ich weiß schon so lange das so geht nicht das ist einfach durch sorgen gestorben da will ich echt finischen doch aber die rad stehe hier und er steht so ne nach stadt der schlitter von witzig wert und auf jeden fall stimmig gute warum wir da nicht die kiste scannt dieser nehmen ja 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 geil gut können ja nichts ist wichtig als nut rein die zone ganz ehrlich er kann schon mit messes nicht umgehen ja doch bei die saudi mit der friedschrift umgehen weiter als portal eingesetzt ich jetzt für die stelle viel praktischer gebrauchen können also was du was glaubst du würden den nächsten minuten sterben ja aber nur auf 16 weiter den der mensch der sich jetzt so ersparen können die spritze irgendwas passt mir nicht ich glaube das kam auf kopf gefallen die sphleisch der rote die sphleisch die sphleisch die sphleisch das ist eine lobby ja auch ich glaube ich brauche denn jetzt habe ich bock drauf warum das 115 bekommen egal 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 wie habe ich jetzt mal zu spielen ich glaube ich weiß den spieler ich wette zu jetzt pick der name zuerst nimmt mir auch hinweg ich glaube ich spiele den character einfach um den maids abzufangen die zwei größten jungen switch den skin alter hässlich warum nur einer ist der wahre nein das ist der freundlich wie scheiße kann man sein aber selbst wenn ich nicht mehr im kameraden führer hilft zu bedanken das nicht die wahrscheinlichkeit dass sie die erneut helfen wo hat es sich jemals was gebracht nen octane rennt vor die hin und her und gönnt sich jeden lud was für was für team helft bereitschaft alter wo mate pickt vor mir ja komm ich spiele mal ich habe noch nie gespielt alter sie ja geil die volks gehen sie die volks gehen okay das ist die volk oder trelle mal standard nicht ich habe nicht um die stelle ich habe eins für keinen den stand oder fertig leuchten gebiet ich bin der jab dass der klar wohin geht es ist egal dass wenn eine schule rp kriegen okay wohin markier markier endlich jetzt landen wir hier der da hinten ne scheiß drauf bleibt wir landen da jetzt einfach sein modul markiert hast da habe ich jetzt kein bock ins fliegen warum da gibt es auf jeden fall eine mit zur goldenen lut das scheiß habe ich dass man da hinten ist da kommt ein gegner mit ja ja ich lande mal bei dem sieh jetzt schon direkt rein was hier direkt rein ja warum ich bin doch nicht mal im fall ohne wingman auch kaum wegen menschen wie da ist doch einer drin da hat sich gerade so gerestet oder was ich habe mich noch von der drohne danke du hast mehr leben hat sich ja deswegen ja dafür gehört mir dass die der pack wird hast du ja aber ist noch ein rucksack der zufällig schildbatterien ich habe null das alle gegräbt daraus ich habe eine schildbatterie und kleinen zellen davon kann ich ein paar geben und man muss nur ich hier drin z 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 t ich spiegel und zweifel der jahre in der ersten lagen die ich halte nur von der nase weg Degas ist wegen jedem singen irgendwas ersetzen der erste scheiß drauf ich weiß ich habe nur ich renne solo mehr kann es nicht mal kein sorgenschaften hinterher ich will nur eine schildbatterie schmutzgames ich renne die ganze jetzt mit so wenig hp rum ne die schildbatterie lila rucksack aus prozess mitnehmen und noch mehr wingman munition das 180 stecken ich hatte hier gerade eine dann kam das hier brauchst du spritzen 16 stück komm her ne hier lande gerade was für mich das gönnt mir trotzdem komme ja was dann wollte mitnehmen jetzt bin ich glücklich das dagegen werfen können und nicht darunter es gab ja mal so ein glitsch die nämlich auch ist egal wer die mitnimmt vielleicht das magazin vielleicht noch eine meter vorne markiert mann ich will meine maul das hat du anschließen warum geht das scheiß nicht mehr so beschissen ich weiß nicht was man das auch gemacht hat ich hab mich dieses verkackte pc nicht gemeint weil es ein zuun pfiffiger pc spieler wäre ja ich brauche eine weiter ich brauche eine weiter ich brauche eine weiter kraft das Ding Evo ich habe immer noch keine Magazinerweiterung ich habe auch jetzt gerade von der Befunden nichts nichts da war mal so viel verkackte Ding Munitionen später momentan wenn du brauchst du verdammt viel verkackte Späne Munitionen im Momentan du warst wütend weil du keine Bett gefunden hast und dann hast du gesagt hey ich steckst jetzt so weit auf bis keine Ahnung bis von Scheremonie keine Ahnung ja ich bin so bescheuert ja verwerfen wir die scheiß suchen wo lag die sagt los hat sie wieder selbst aufgesammelter mail ich habe das markiert das lilaner Ding das war da in den Kissen da sind so zwei Kissen ja hier oben da habe ich gedacht da war nur noch ein blaues drin ja dann hat er mit das genommen so ein schmutz ja deswegen hasse ich randoms man markiert was die ja ne meins son man markiert wir sind die 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 der jetzt hatte das leichte genommen so ein wichser ja ich hasse den halben nicht passt danke ich habe ich habe dem goldenen cloud gehört sie auch so viel mit mein goldenes leichtes make that you das war ich wissen wir nicht gut habe ich eine gegeben brauchst du es ja ja ich gebe sie welches was suchen blau ja gut nehme ich habe sonst noch die wald eben dass sie mal hier verpiss ich mal hier können wir ja das moniken mit gedoße herrschten beim regn wohl ein paar schützern vielleicht der war werde ich auf tic se diska folge spam hier guckt das nicht der klassik schluss guck 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 muss müssen schnell klassisches bin doch so den meinst du ja kommen nicht mal für die messe ich weiß ich werde ihn mit der messe auf zehn letzten gerade auf das konnte folgen der bot hat folge spam ach nee als hat sein renk überprüft auch nur okay sich ein von vorbeifix kommt müssen wir wollen so in the middle of the time oh god hat der eisner geschrieben ja vielleicht kommt er irgendwo bei anwesend also es kommt wahrscheinlich das mit einer octane spielen ich kann ihn dann ja gerne auch octane ja schade dass da keine klippe war er hätte mir nämlich dann nicht geholt wird indem sein gut geklaut perfekt oder jetzt meine schiffelt das nehme ich doch gerne an und er dann im stil ich nehme die einfach mit die wahl goldene lune und so hier ist so schön das leichte money habe ich schon jede menge ja ich möchte mal was ich habe 180 weil ich habe 360 oder ist da noch was drin hier liegt sonst auch noch was ja wo sind die was schießt unser mate die ganze zeit hin keine ahnung ich sehe nur dauerhaft schießt noch sie keine gegner aber leute vor mir sind überall fights let's go ich verstehe von hinten ja da schießt er wahrscheinlich schon dann soll ich mein port nehmen wo sind sie denn hier bei mir und da oben an der klippe sind auch noch welche rotes evo kann ich mir sonst so scheiße in der männer eis ja geil bis zum grad drin nicht nur so hallo können wir er möchte nicht laut rennen damit er sich nicht selber hat ich habe euch schon selber gesagt obwohl ich nicht laut geredet habe und ganz ehrlich alter junge wie ist unser make-up weg gelasert wenn man wenn man mit zum beispiel kann man nur schreien damit man dagegen halten kann eventuell ich habe gehört du kannst ruhig octane spielen ich hätte jetzt das konto gespielt das war der killspiel zu reiter ich erhole unser mate ich habe ein goldpack das war ein wenig du bist nicht okay du bist auch nicht aktivieren du bist auch nicht aktivieren vor dann hilfst du ihn so noch 10 sekunden kommen noch 10 sekunden apex ist es runtergeladen ey obwohl ich hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht nein ich bin jetzt auch bei ihm ne ich habe viele leistungen mach stabile leistung meinst das oder das machine sagt ich hielin er war schön im haus warten und dann geschossen werden ja der das habe ich echt ja man diese weg sei ich habe noch meine zwei ich habe können wir ein pushen ok also apex muss erstmal noch mehr da muss das noch ein paar jahre kopieren oh 145 den weg zu pushen ich habe meinen ich habe auch mein portal ja let's go erst mit meinen dingen dann dein portal gibbie knock ja den fetten knock ah digga der hat gerade diese ulti hier aktiviert nein alter diese scheiß ulti jo wie er die gerade so random geworfen hat diese gibbie ult ich habe es im stream gesehen ah easy champion ja und weißt du warum weil ich den gibbie gesnipet habe den fetter ark ja wie du kannst auch springen aber ich nicht ihr seid die apex champions apex legends kopiert ein prozent uff made war so gut er hat mehr geleistet als ich du hast den kill er nicht und der kill war auch nur abgestopft so richtig hardcore von mir ne ne das war der hat mit einem anderen der typ der hat so mit einem anderen gefeit und ich habe einfach nur gedacht oh ich steh hinter ihm ja den gönne ich mir da bin ich mal kurz in die ecke gerannt und habe ihn gefinisht dürfen wir uns deswegen jetzt auch fühlen oh ja jetzt dürfen wir uns fühlen das müssen wir jetzt max in die gruppe reinschicken wenn du auch im stream bist ja wir meinen dich alter 226 ap gold 1 ja 500 damage mit pfeffer in der horizon oder revenant ja ja komm ich spiel noch oder horizon ja pfeffer gebockt oh mein gott gewinne ein spiel eh gewinne ein spiel als killspielsenreiter ich war kein spiel jetzt sind wir den letzten klären des spiels gewinne ein spiel mit dem kein mitgesinnt alle drei flieder das für mich nicht gewinnen hier ein apex pack das haben wir als gut umnehmen ich bin einfach der größte lacker im ziehen oh mein gott zumal ich warte oh episch 250 pack oh gönn dir ah ein holo ne abzeichen pose for fuse dropkick nice so epic legends kopiert zwei prozent oh wow das heißt es gibt es noch eine runde aus zu ja ich habe inzwischen schon vorne auch noch runtergeladen lol okay dann noch eine runde rank noch eine runde rank oder erstmal eine runde duo das heißt kommt warte mal ja dann hast du ja da ist gerade auch Olympus ich möchte jetzt nicht direkt aufs gold drauf aufs gold 1 ausgehen wieder hey man kann ja nicht rausgehen hey ja runter steigen halt runter steigen geht ja nicht oder doch echt nee ich glaube es gibt nur von gold auf silber nicht aber man kann den ring noch untersteigen hallo glaube ich ich glaube nicht einfach lange überleben dann passt doch schon hm ja aber unsere rank runden heute lieben echt gut also mit mir das immer gut geklappt was lange überleben mhm du spielst du wieder octane ice scheinbar ich habe halt jetzt nur ein zwei runden octane gespielt weil ich ja dafür die dinge habe das erbstück und gönnt und ich muss ihn halt ein bisschen spielen und wenn du nicht da bist spiel ich ihn eigentlich sie eigentlich ist mein meist gespielter character wenn du nicht da bist deswegen kannst du ruhig weiterspielen spiel ich Krypto und sammle so eure marken ein ja aber dann kannst du nicht so gut wegrennen ja aber ich kann eure marken aus 10 Millionen Kilometer Entfernung sammeln auch wieder war übrigens ice ich habe jetzt mal nachgeschaut du kennst ja von Krypto die range nicht bis seine drohne abbricht 250 meter ich habe heute nachgeschaut was mein längster snipe war man braucht für eine plakette 300 ich habe 963 meter snipe geschafft anscheinend mal ja schau in die gruppe rein in die blazy gruppe aber weißt du noch meine snipes als wir mal im endgame waren ne ja die war eine legende ich hatte nicht ein visier drauf einfach mit dem standard visier von der waffe ja man sieht mein erbstück ich hab's auch nicht im stream ich bin ehrlich im stream drin grad ja max ist die ganze im stream drin richtig auf legende der hat schon seit ja auch nicht mal reingeschrieben ja ich habe die ganze da ich habe die ganze ist schon markiert ja warum markier doch wir könnten auch box ring ja noch box ring also der einzige zuschauer ich würde ja okay du hast ja gerade vorhin raus aber die ganze aktiv drin also hat zwar nicht reingeschrieben aber die ganze waren zwei zuschauer drin angezeigt aber ich bin ja springer rum gegen die box wenn Apex einfach sich zurückentwickelt jetzt ist nur ein prozent da what is for real das game denkst du so du spielst heute kein Apex hauptsache du musst nicht mit Smash spielen denkst du das game ist auch ne richtige entscheidung oh ich geh mir da unten noch die zweite goldene das game beschützt mich snipes ich kann verstehen warum also for real auf den einen habe ich nur einen goldenen ruckse 0% hey what the fuck for real eyes yeah live bei dir ich kann mir da hinten das letzte pack von mir wenn es hier passt der ich war zu blöd die goldene seite zu treffen kannst du zum hauptding hoch ja noch krieg ich zu den seiten ähm gib bescheid wenn du ne ding findest ne die graben in allen ring sind tödlich die haben mich gewonnen schottet äh 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 bist noch nicht dein boss hat der was gesagt aber um halt die flüsse ne ich einfach zum boss dachte ich mir das gestern ich werde mal feststellen ob du in die hölle kommst warum ob ich dabei lache ich habe sowieso schon premium platz in der hölle verschafft so schon seit jahren also bitte ich brauche schwerer monik ab und brawler 40 schuss für meine alternator 330 schuss die 303 30 0 ein schweres magazin habe ich leider kein cement aber dafür zwei leichter habe ich ein episches ich habe graue ich hab den größten mülle meine hier sind gegner und sie sind gerade hier ja ja wir beide halt noch ein graus nein erst so low also das ist schon mal gemacht hallo amigo was geht hier können wir ich habe direkt einen goldenen pack warum wir hier glücklicher wahrscheinlich essen das andere nach hier unten hat mir irgendwas besseres in der brawler kommen schon heide 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 die junge das erinnert mich an irgendwas ich weiß nicht an was genau so ich habe zwei nahkampfwaffen alternator und er 99 läuft doch also im nahkampf kann mich keiner fetzen ich spiel mit octane snipers was spiel ich ich bin mit octane nahkampfwaffen aber ist du kannst dann ruhig auch spielen weil ich muss noch ein bisschen sniper spielen heute brauchst du noch schön batterien oder hast du du meinst die großen ja habe ich hier habe ich habe auch vier ich nehme noch mit sonst oder nimmst du sie naja kein platz ein mehr sommer besser und dazu ist nun an zeit dran kann ja auch trotzdem war ich mein schweres alles ich habe gehört heute muss ein paar level aufstiege machen dringten erbstück ziehen ich meine hat heute noch mal 60 euro packs geöffnet letzte woche 40 euro packs geöffnet also for real bleibt echt pech ich habe letzte woche 450 geöffnet und habe zweimal rausbekommen hast du gescannt naja der sind die weit weg diesen tod ok warum ist ein bahn hier nutzen über die komplette schlucht mit selben hier oben die also die jahne lunch nicht wenn die sony sollen halt hier oben mal schauen wo ihr gegner sind wir sind ja so immer gerne gegner ne jetzt zeiten zum monten noch irgendwas was wir brauchen können jeder menge leichte munition und noch zu schluss schlutz also ich möchte dass wir darüber gehen ok da sind wir ich habe 72 damit schon zwei kills fänden gerade auf ja die elch hast mir komplett abgestaubt und die andere die hat mich ja noch ich habe mich gefunden weil es noch damals immer meine c4 zeiten mit dem auto und geht er so ja ich habe mich so gefunden ich habe mich mal übrigens am eis wir sind uns gerade alle wieder blicks firmen unterlagen zumindest leibs und ich meine bock hast ich meine ich guck mal wo ich stehe ja das ist ja nur eine phase die in der woche zwei wochen durchhaltet ja wahrscheinlich aber aber es wird bock mal eben guck mal wo stehst du hier auf dem youtube weil du sollst du bist ja ohne jump hat natürlich kannst du hoch kettern guck ich sage nur eine sache ich gehe jetzt zählt aus hat das schlacht ich weiß da da werde ich mich absolut nicht drauf freuen ich weiß ich habe mich bei den juck ich habe die kreise das war immer passiert das ist immer bis zwei mal passiert und dreimal in einer woche das war so eine woche wo ich einen kompletten lauf hatte das war zweimal in einer stunde um genau zu sein ja ich mache ich muss jetzt verschöpfen wohin ich habe einen komplexes gehört sondern einfach pushen ja das war noch nicht mal geöffnet ich habe leider kein jump pad nein jetzt ja fast egal was ich vorhin ja was wichtigere zu tun ja so medkit auch ein sniper ding ohne spitfire ja das kann ja okay können wir ich bei d2 überhaupt nicht spielen ich werde auf meiner alten und bleiben aber können wir nicht bleiben ich bleibe bei meiner ding ich bleibe bei meiner ding sagt schon hat es tun hat das sogar nicht ich muss kurz weg ja wo scheiß auf nein der dieser wenn ich mal kontrolliert zahl und die da war es schon bestimmt ist geressen 1 weißt du was perfekt ist jetzt habe ich nicht gewollt sondern auch meine mutter ich habe es aber meine mutter jetzt auch sie war ja mit mir zum testen gefahren im selben auto und wahrscheinlich habe ich sie dort angesteckt hat er deshalb hat es ein bisschen geleckt ich habe immer noch blackers 4 nebenbei im alarm und wie lange dauert es noch als 16 prozent ja what the fuck was alles andere ist eine frage hast du sonst aber alles pausiert ja lol what the fuck im download habe schaffe ich alles in zehn minuten maximal muss wahl auf welcher denn du weißt doch der typ er gibt ja so ein typ der poko poko piko gestritten und der hat dabei mir ein idee mit gemacht und das kippe mit der wache st seja ich konnte diese animes nicht schauen vollmetter brade euch muss habe ich doch heute fertig geschaut dass ich den fuck kannte und mir einig wollte ich nicht anfangen ich kenne ihn ich kenne ihn ich kenne nur agression jeder frage ich denke ja und bereut hat bereit heute ein bisschen zu leiden ja ich habe heute beim presse noch mal gemacht im fitnessstudio und 110 also 70 kilo ist das standard weil es runterkommt ich habe auf jeder seite noch mal 23 kilo gewicht darauf gepackt also liege ich ziemlich richtig mit 110 oder 120 kilo plus insgesamt 190 kilo ich werde ich bin mit wackele den bein aus der studio fast raus junge was willst du bitte für beine haben ich habe die beine schon das ding ist ich habe noch keine ahnung diese die muskel sind unter 8 kg fett versteckt ich wiege als 88 kilo als normales gewicht für mich ja für meine grössheit das ding ist ich müsste 10 kilo abnehmen damit man das ist normal warte mal du bist 180 groß nicht bei mir hat man ah ja okay bei mir hat man gesagt dass ich immer der da fällt mir ein dieses video perfekt groß und ruhig klein und aggressiv der ich bin 1 ich bin 180 und wieder 80 und da anscheinend ist es schon übergewichtig für meine größte mal gewicht ja ich war genau auf der linie war ein kilo drüber der ich bin nicht schlecht gebaut ich habe schon muskel an sich geförter muskel sind schwerer als versteckte muskeln sind schwerer als knochen das ding ist ja erstens das und zweitens man hat immer so ein bisschen fett noch im körper hat es recht da leichter wahrscheinlich auch minimalen bauch ne ja so minimal so eine kleine sparte unten dran kann man sagen die geht nicht weg dass man das verdeckt ja das kenne ich das geht nicht einfach nicht weg egal was du machst ich trainiere tagelang meinen bauch oft jeden morgen wenn ich aufstehe ich habe so mein morgenträder weniger mache ich 20 sit habe ich mit dir die ganze zeit über krampf geredet damals ja krampf im c hat unter match oder so ja ich habe gelacht weiß das nicht mehr ja der ist wieder weg der kampf so hoffen pc habe ich mir jetzt los tag wieder mal runter gern habe ich mal wieder bock mal anzufangen ja ich krieg mein fenster nicht auf das so komisch alt verzogen kennt das bei alten holzfenster und die haben sich immer die zeit verzogen und dann kann man es kaum eröffnen das muss erstmal ein bisschen lüften so schließt man das mal kurz apex dass ich wenden kann damit dass man nicht mal ein bisschen